Und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Blendezeit 2 mit dem gleichen Kotaro LP Ja, das bin immer noch nicht So, wir haben in der Zwischenzeit mal eben Pale Canyon Chemical secured so ein bisschen Oh, Alter, das Sperrgebiet ist etwas groß Oh, was ist? So, wer kommt denn da am Schlausen hin? Ah, da kann man direkt hier über die Steinchen drüber Die haben A ja echt schon wieder sehr gut secure Ja, wir hatten eine A noch, bis du die Aufnahme angefangen hast Dann war es plötzlich verloren Au, was war das jetzt? Oh Gott, ne NS-7-PDW Von einem Spy Ich glaube, ich wechsle mir die Klasse Das kannst du gerne tun Erlaubst du mir das? Mhm Ich trau dir das zu, verdammt mein Buggy Und ich will mich jetzt nicht kratzen, weil Sonst werde ich abgeschossen Kommt, ich muss das Risiko eingehen Das geht mir jedes Mal Ähm, da schließt ein Harrizer auf den Sundeer Schieß mal mit der, äh, drüber Ich schieße es drücken, genau Oh, ich glaube, er hat sogar gebrannt Okay Äh, soll ich vielleicht meinen Sundy hier hinstellen in diese Garage da? Äh, wenn ich vom Fahrzeug getan habe? Okay, dann stelle ich den da hin, sobald ich das nächste Mal tot bin Und tot Holy shit Wir sind in einem Sperrgebiet Holy shit Ah, von überall kriegt man Damage Und dann noch das Sperrgebiet, der Sundy steht richtig beschissen Der steht schlecht Ja, kannst vielleicht mal auf Squad, äh, also für Trupp Dann kann ich ihn umparken schnell Hab ich Oh, komm schon Genau dann, wenn ich gerade hier im Kanadenwerfer war Wenn ich gerade im Underbarrel Grenade Launcher war, äh, wo stellst du ihn hin? Äh, ja, ich suche hier die Garage Nein, 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 fahr vorwärts, fahr vorwärts Du musst, äh, süd, äh, westlich Ähm Direkt westlich vom Fahrzeugterminal Also Also Außerdem lass den Eintippen erstmal einstecken Äh, ja, ich kann leider nicht Jetzt Wow, jetzt hat man ihn getötet Wow, jetzt hat man ihn getötet Oh, das ist ein... Oh, das ist ein feiner Gegner harass oder was? Ach Ja, jetzt hast du ihn zu fahren Und der Typ wurde getötet Und hat jetzt ganz... Ja, jetzt war ich, weil... Offredlich hast du keinen Plan, wo ich... Wo ich meine... Äh, das... Äh, lighten Mach rein! Mach rein! Mach rein! Deploy! 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 Schon dabei! Schon dabei! Schon dabei! Äh, da ist... Da rennt hier grad zu den leichten Angriffseinheiten mit C4 ausgerüstet rein und ich fang erst mal an zu schießen Bis ich dann bemerke, dass die von uns laufen Oh Hey, der Typ ist immer noch da oben drin Autsch! Und der Typ ist immer noch fröhlich auf mich Ja, und ich schieße ihn jetzt ab Das ist natürlich super Er ist tot Jep Ich lad nur Leute... Deine Leute Ja, wir werden ganz zufrieden machen Deine Leute Wir könnten echt mehr Medics brauchen, oder mehr Leute hin, genau... Generell Das Problem ist, wir Medics können nicht halt nichts Gar nichts Ja, das ist die Ich treue mich gerade auch eher auf Ingenieur, aber ich bin jetzt erstmal im Heavy unterwegs und metzle die Leute mit der Gottsau weg, also Gauß. Der Max kommt auf unseren Sunny Zoo. Ja, ich sehe es auf der Karte. Ihr seht das hier. Das ist ein Max-Einheit. Also ein Typ in einen Max-Anzug. Ich wehe, weil ich ja nicht vor euch schüttelte. Abschießt. Wirklich? Meinst du, dass das wehtut? Nein. Ich habe das Gefühl, mein Sunny wird gerade geschossen. Von irgendeinem Lightning. Also Lightning ist so ein kleiner, schneller Panzer, der nicht so viel Schaden macht, nicht so viel Schaden macht. Oh! Oh! Da kam... Aber oh! Ja. Rocky Waschbier. Waschbier? Bier? Du hast recht. Ich spiele meine Realität. Stupid Herr Terran. Habe ich ihn umgemietet. Oh Gott! Oh Gott! Von Predgar. Okay. Ein Private Level 36er. Was ich mich ja fast schäme. Ja, der war gerade Kampfgang 12. Haha. Ja, mein. Das beweist nur, dass es möglich ist in diesem Spiel als Low-Leveler. High-Leveler. Ja, was ich sehr toll finde. Ja, vor allem die Standardwaffen in diesem Spiel sind eigentlich die Besten, die man kriegen kann. Also Performance ist bei denen eigentlich am besten. Mitunter die Besten, ja. Das... Also das Spiel ist... Recht. Naja, also... Man muss eigentlich dazu sagen, das Spiel scheißt auf Anfänger. So Anfängerfreundlich ist das gar nicht. Ne, Anfängerfreundlich nicht. Aber, ähm, es ist alles andere als Pay-to-Win. Pay-to-Win, ja. Und das ist... Boah, da kamen sie zu dritt, ey. Causi von Weston. Ja. Aber gut, die soll uns hoffentlich mal nicht stören. Irgendwie hier zwei Leute sind in meinem Sunny-Train und das finde ich gerade voll toll. Das kommt davon, wenn man die Medic hat. Dank. Wenn man die Medic was hat. Ja. Ich hab die... Das Medic-Tool-Ausgust. Blödeweise. Ach so. Ja. Da kommt der um die Ecke, ich will schießen. Oh! Hehehe. Autsch. Povic. Oh ja. Oh ja. Die Neust-Tool-Ausgust. Direkt neben uns. Die Neust-Tool-Ausgust ist scheinbar. Ja. Ja. Oh! Hinter uns, hinter uns! Okay. Hey! Ja. Da war gerade jemand. Autsch. Povic! Steckt euch nochmal ein Rest, wenn du lebst. Bist du tot? Ja. Ich bin wieder an der Tür. Und es ist gerade eine Lib, eine Gegnerfische. Und ein Mozzi. Ähm, warte mal. Bist du noch? Äh, ich bin noch tot, Mann. Ich glaube, die wieder wieder die Stil spät, die ich finde. Okay. Ah, doch. Hast du die Stil? Ja. Ja. Ich konnte da nicht hin. Oh, Kampf-Rang 1, ja. Wir probieren mal jetzt was aus. Du bist ja immer Ingenieur. Dann nehme ich ja eine Max ein. Ja. Das ist schlau. Moment, ich mache erstmal das Fahrzeugterminal hier. So. Okay, so. Ich versuche mal zu dir zu kommen. Okay, da bist du. Dann mach mal Attacke. So. Äh, da hinten kommt, glaube ich, was entgegen. War ein Infiltrator, den, glaube ich, da gesehen haben wir gerade. Wo? Ah, da. Hier irgendwo. Oh. Ah. Ja, ich höre ihn. Ja. Ey, ich habe ihn noch gekriegt. Hallo. Okay, ja. Ja, ja, halt. Stopp. Ah. Ah, scheiße. Holy shit. Da schießen die Moskito mit Hellfire auf mich. Boah, hätte ich bloß jetzt Burstleder. Ich wollte gerade fragen, hast du beide Arme mit der Shotgun? Ja, ja. Okay. Ja, das ist komplett an dem Fall. Ähm, aber eigentlich eine Idee, vor allem da die Burstleder jetzt Stärke gemacht wird. Ach, wird's? Oder wurde sie? Ja. Ja. Die können jetzt eine Lippwong klippen. Wow. Autsch. Zwei Infalltrees. Direkt nordöstlich von Sandy. Auf den Lipp. Auf den Sandy. Auf unsere Position. Oh, da ist ein Hairraiser mit Vulcan. Oh, scheiße. Äh, bist du... Ja, du würdest... Ja, ich bin eingestiegen. Ach so, deswegen. Dann kann ich mir alles sehen auch. Oder? Autsch, Autsch. Da ich ja jetzt in die Lippwong klippen kann... Äh, komm her, ey. Ja, miau. Scheiße. Dann braucht man wahrscheinlich wieder... AUSCH! Scheiße, man. Oh, scheiße. Musste da jetzt einer mit Raketenwerfer stehen? Offensichtlich. Ey, ganz ehrlich. So ein Scheiße. Ich hol mal meine SkyGuard raus. Ich glaub, die ist gerade ganz schlau. Du könntest ja einen zweiten... Weiß ich nicht. Hast du die, äh... Ressourcen, dass du einen zweiten Sandy hinpackst? Warum noch? Wie, warum zwei Sundays? Naja, mein... Mein Sandy ist kaputt. Du meinst deinen neuen. Ich dachte, du meinst, dass es zwei Sandy ist. Exakt das meine ich. Ne, dass du einfach nur einen Sandy... ... einen neuen Sandy hinpacken kannst. Weil, wie gesagt, ich hol jetzt die SkyGuard und... ... nervt damit mal die Lips... ... und die Mossys hier... ... und die Mossys hier... Oh, komm, wir... Oh, fuck. Ich muss noch mal... Oh, Scheiße. Oh, mein... Oh, mein... Oh, mein... Oh, das... das klappt nicht mehr. Das kriegen wir nicht mehr hin, ey. Scheiße. Oh, mein... Oh, mein... Oh, mein... Oh, mein... Ah, mein... Oh, mein... ... ne, vergiss es. Oh, an Eisertagplans sind eins bis zwölf Gegner. Ah, verdammt. Naja, jetzt kommen sie zur Gegenoffensive, definitiv. Oh! Äh, Banu und TR, aber keine NC-Leute bei Heiser Tech Blenders, sieht schon mal super aus. Was, die Öhr jetzt auch noch? Oh Gott. Ja, wir müssen erstmal den Generator wieder stabilisieren. Mhm, ich versuch hinterher zu kommen. Ich finde das sehr toll, dass man sich, wenn man das Ding stabilisiert umgucken kann, schießen, nachladen, alles. Ich hatte heute auch schon einen, der, ähm, hat mich gar nicht gesehen, der wollte den stabilisieren, ich hab ihn überladen gerade. Oder ich, keine Ahnung was der wollte, ich hab, ich hab ihn überladen gerade. Und der läuft einfach an mir vorbei. Ich schieße und lade nach und dann hatte ich ihn überladen. Wow. Hey, Sandi, Banu Sandi beim Shield Gen. Ja, aber erstmal kümmere ich mich um den nächsten Generator, weil ich immer noch mein Anti-Infantrie lobeleute. Logisch. Loco loco. Seht ihn übrigens hier auf der Netz. Hoi! Ich könnte ein Anti-Infantrie hier mal brauchen, dooten. Oder wo? Ja, genau, da beim Vehicle-Taminer, äh, hab ich einen gesehen. Ja, ich hab zwei Bouncings und ein, äh, Dings-Turret dabei, Infact. Bouncings? Ja, Bouncing-Bettys, Infact. Ach so. Ich spreng jetzt die Mine von dem Infiltrator in die Luft und leg meine drauf. Mal gucken, was er macht. Wow, jetzt ist der andere. Also, ich setz mal vorsichtshalbe hier noch ein Beacon hin. Holy! Holy Macro. Der Sand ist kaputt. So, ich komm mal eben zu dir. Beziehungsweise zum Terminal und pack das wieder auf uns.